Musik Wir sind heute am Kerzerslauf, an der 35. Austragung. Und jetzt finden gerade die Schülerrennen IMF statt. IMF ist eine Bewegungsinitiative der Migros, in der jährlich 7000 Schülerinnen und Schüler gratis Erfolgsläufe teilnehmen. IMF! Wir machen mit, weil wir finden es lustig, zusammen so Sachen zu machen. Meine Klasse macht mit, weil es Spass macht und für den Sport. Um 10 vor 3 geht es los. Ich bin schon ein wenig aufgeregt. Musik Ab diesem Jahr kann man sich auch messen gegeneinander. Die besten 5 Teams pro Lauf können im IMF-Schweizer-Final gegeneinander antreten. Musik Wir sind in der Klasse angefragt worden, ob wir ein Team hierher schicken möchten. Und das ist eine super Aktion. Ich finde es grossartig, dass das Migros das macht. Das ist wirklich eine Riesenmotivation für Kinder, die sonst das vielleicht nicht mühchen. Es ist ein wenig anstrengend. Es war lustig. Es war zwar anstrengend, aber jetzt bin ich sehr glücklich. Also ich war vor dem Kerzerslauf noch sehr nervös. Aber dann am Schluss im Ziel habe ich mich sehr gefreut. Das war ein super gelungener Saisonauftakt. Und wir freuen uns über die vielen Qualifikationsrennen, die folgen werden. Bis zum Finale in Kerzers 2014. Tschüss, bis zum nächsten Mal!